In diesem Film lernen Sie Abrechnungsmengen und Verteilungsschlüssel als Grundlagen der Kostenverteilung in Powerhouse kennen. Abrechnungsmengen liefern die Bezugsgrößen der Kostenumlage. Typische Abrechnungsmengen sind in der WEG-Verwaltung der Miteigentumsanteil und in der Mietverwaltung die Wohnfläche oder die Anzahl der Personen je Einheit. Verteilungsschlüssel definieren, wie die Verteilung durchgeführt werden soll, z.B. zeitanteilig oder nach einem Festbetrag. In der Regel ist jedem Verteilungsschlüssel nur eine Abrechnungsmenge zugeordnet. Abrechnungsmengen und Verteilungsschlüssel werden in Powerhouse objektübergreifend im Menü Stammdaten verwaltet. Eine Änderung an der Umlageart eines Verteilungsschlüssels wirkt sich deshalb überall dort aus, wo der Schlüssel herangezogen wird. In den Objektstammdaten lassen sich die Abrechnungsmengen für ein Wirtschaftsjahr besonders komfortabel erfassen. Die objektbezogene Eingabe erfolgt pro Abrechnungsmenge für alle Einheiten. Alle Einheiten werden zeilenweise aufgeführt. Einheiten, bei denen ein Mieterwechsel stattgefunden hat, werden in mehreren einzelnen Zeilen dargestellt. Abrechnungsmengen wie die Wohnfläche einer Einheit oder der Miteigentumsanteil ändern sich selten oder gar nicht. Sie werden pro Einheit als Grundlage für die Berechnung der individuellen Kostenanteile hinterlegt. Abrechnungsmengen, die wie zum Beispiel die Heizkosten vom Verbrauch abhängen, werden jährlich als Festbetrag erfasst. Die Heizkosten werden direkt in die Abrechnung übernommen. Mit einem Doppelklick auf die Einheit werden alle Werte der Abrechnungsmengen zu dieser Einheit angezeigt. Das schafft vor allem bei sich ändernden Abrechnungsmengen und unterjährigen Vertragswechseln mehr Transparenz. Die objektbezogene Eingabe liefert zudem eine gute Übersicht über die Gesamtmengen. Dies hilft insbesondere bei der Ersterfassung von Wohnflächen und Miteigentumsanteilen und bei der Kontrolle der vom Wärmemessdienstleister ermittelten Einzelabrechnungen der Heizkosten. Betrachten wir nun die Kostenumlage. In den Sachkonten eines Objektes wird festgelegt, nach welchem Verteilungsschlüssel die Salden des jeweiligen Kostenkontos auf die Eigentümer bzw. Mieter verteilt werden sollen. Die Kosten für die Müllabfuhr werden zum Beispiel nach Anzahl der im Haushalt lebenden Personen umgelegt. Entspricht ein Verteilungsschlüssel nicht den vertraglichen Vereinbarungen, kann er direkt in der Tabelle angepasst werden. Achtung! Die Verwendung verschiedener Schlüssel kann wegen unterschiedlicher Berechnungsgrundlagen dazu führen, dass der Saldo nicht vollständig umgelegt werden kann. Auch eine individuelle Kostenumlage wird komfortabel im jeweiligen Sachkonto festgelegt. Der Ausschluss eines Eigentümers oder Mieters von der Kostenumlage erfolgt ganz einfach durch das Entfernen eines Kontrollkästchens in der Spalte Umlage. Soll eine Einheit in die Berechnung der Gesamtmengen einbezogen, die Kosten aber von dem Objekteigentümer getragen werden, so werden keine Verteilungsschlüssel hinterlegt, aber das Kontrollkästchen in der Spalte Umlage dennoch aktiviert. Beachten Sie eine Besonderheit beim Sachkonto der Heizkosten. Powerhouse verwendet für die Abrechnung und den Wirtschaftsplan unterschiedliche Verteilungsschlüssel. Beide besitzen grundsätzlich die Verteilungsart Festbetrag, aber mit dem Schlüssel Heizkostenabrechnung wird der ermittelte Festbetrag aus dem Abrechnungsjahr verwendet. Mit dem Schlüssel Heizkostenwirtschaftsplan lässt sich der kumulierte Festbetrag aus dem Vorjahr oder alternativ aus dem Vorvorjahr für den Wirtschaftsplan ansetzen. Sollte es in der Verteilung der Abrechnung zu Unstimmigkeiten der herangezogenen Werte kommen oder möchten Sie vorab die berechneten Einzelwerte einsehen, dann können Sie über die Funktion Abrechnungsmengen prüfen, mögliche Fehler in der Verteilung erkennen. Die individuellen Kostenanteile auf der Abrechnung ergeben sich aus dem Verhältnis der einzelnen Anteile zur Gesamtsumme der Abrechnungsmenge. Betrachten wir hierzu die Details zu den Hausmeisterkosten, die nach Wohnfläche umgelegt werden. Die Wohnung 2EG rechts hat eine Wohnfläche von 83,1 Quadratmeter. Bei Mieterumgelter, dessen Mietvertrag im Juni endet, wird für die Kostenumlage anteilig eine Fläche von 41,208 Quadratmeter berücksichtigt. Den Kostenanteilen für den Leerstand ab Juli werden 41,892 Quadratmeter zugrunde gelegt. In der Summe müssen die individuellen Kostenanteile die Gesamtmenge von 83,1 Quadratmeter ergeben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017